Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir noch mal zwei Pakete von dem Zuckerstab aufmachen. Und wir fangen gleich mal als allererstes mit dem ersten Paket ein. So, und dann haben wir wieder das Kärtchen mit den ganzen Spielern. Und wir haben die Figur und das ist. Wie heißt der? A.Inestra. Den habe ich noch nicht. Das weiß ich. Gut. Das ist also Figur Nr. 1. Jetzt machen wir das zweite Paket auf. Und da haben wir jetzt auch wieder erst das Kärtchen, was ja in jeder Verpackung drin ist. Und da haben wir Figur Nr. 2. Und das ist... Was? Großkreuz. Den habe ich schon. Den habe ich schon. Das waren die beiden Figuren. Wer meine Videos kennt, der weiß ganz genau dran bleiben. Weil jetzt kommen die Figuren in Großaufnahme auf dem Drehteller. Also bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.